Okay. Oh ja, sehr gern. Wen sollen wir denn... ausgraben? Oder begraben? Jiri... 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 Schnibidi. Vielleicht. Okay. Ich habe geklickt. Mann. Äh. Ist wieder so eine Luke. Was soll denn der Scheiß? Mann. Ja. Hallo, äh, PT. Wie heckt sich bitte ein Foto von einem Auge und einem Finger? Wie, ich kann hier nichts machen, ich wollte gerade sagen. Das ist bestimmt eine Aufnahme von dem Finger der Hand. Dafür sieht der zu schön aus. Okay, wir können da, da möchte man ja auch so gerne hin, voll einladend. Da möchte jeder, jeder sofort und gleich und... Mhm. Cool, I like sowas. Äh, damit? Nein. Ach da. Der äußere, fangen wir mit innen an. Ich... Äh. Mhm. Fängt der jetzt wieder mit außen an? Ach, Nerv. So? Oh, nö. Ich dachte, wir müssen innen. Scheiße. Ach, wie doof. Okay. Okay. Ist ja auch ein schönes Bild. Muss ja eher so. Oh, ma. Oh, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Das ist euch hoffentlich klar. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Macht euch ein Käffchen. So. Muschikatze. Sehr toll aus. Das Auge ist cool. Was ist, wenn ich das dreh? Oh. Äh, nee. Äh, so, ne? Oh. Fertig. Lol. Ich hab nur auf den einen Ring geachtet. Ein Schweinchen. Okay. Wir wissen Bescheid. Schweinchen. Schweinchen-Schlüssel. Für den Pick-Schrank. Münze? Nein. So wie zum Thema, das könnt ewig... Ich geh auch erst zum Schrank. Ich muss da noch nicht... Also nicht... Ah, da Münze. Voll nur so ein verschwommener Fleck. Die werden immer gemeiner. Und ich wette, die Münzen sind eh nur dämliche Gimmicks. Naja, Sammelobjekte eben. Ohne Sinn. Ja, voll doof. Schweinchen. Auch nette Sachen, die wir dabei haben. Was sagt er dazu? Sagt er da in Sachen was? Nee. Nur Schweinchen. Alter, schreck mich nicht so. Eine Taschenlampe. Wir sind schon voll alt. Ja. Sehr geil. Aber ich kann... Ich... Na, ich weiß. Ah, da wo wir jetzt hin müssen, wetten, weil es zu dunkel ist, hätte er bestimmt gesagt... Äh, das ist mir zu dunkel. Und da ich diesmal keine Kamera mehr habe... Und warum Schwein? Ein Schwein mit einem Krückstock und einer Taschenlampe, oder was? Das hat jetzt aber komisch Wumms gemacht. Spiel erschreckt mich nicht. Bitte. Guck mal, hast du gesehen? Hier auf dem Poraloid... Auf dem Poraloid... Auf dem Polaloid... War diese Katze gerade von dem... Le... 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 Wetzel. Nicht Level. Hab ich gesehen. Von dem... Le... Na komm, sag. Mäh, 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 mäh. Nja. Mach da Augen auf. Echt. Okay. Ne Kassette. Also ganz ehrlich, auch wenn ich mega Schiss hätte, aber ich hatte ja gehofft, man könnte jetzt so mit der Taschenlampe hier so ein bisschen hin und her und sich mit Pfeilen vorwärts bewegen, also dass man so, ne? Und nicht nur einmalig so... Okay, ich glaube, wir müssen zum Fernseher. Wie kommen wir denn da jetzt wieder hin? Scariest Movie Ever. Na super. Yay. Komm. Swing. Kommt gleich eine raus, das ist nur ein Fernseher. In sieben Tagen. Äh, aber ihr möchtet es uns bestimmt, bestimmt auch nochmal übersetzen. Achtung, unheimlichster Film aller Zeiten. Da steht nirgendwo Caution oder ähnliches, da steht keine Achtung. Und Scariest ist für mich nicht unheimlich, weil unheimlich ist für mich dieses Spiel hier. Scary ist für mich... I shit my pants, you know. Ach, hier steht aber Warning, oder? Man kann es immer nicht anders drehen. Hm. Aber so ein Flachbildfernseher und dann nur eine VHS ist doch irgendwie dann ein bisschen lame, oder? Wo ist der DVD-Player, wenn man ihn braucht? Gibt's da nicht. Blu-Ray. Ja, das ist jetzt nur die Frage, wie sollen wir denn dahin zurückkommen? Und hier waren ja noch Luken. Ah, warte mal, kommt man vielleicht mit der... Ich mach schon wieder den gleichen Fehler. Macht man, äh, kann man hier vielleicht die Luke mit der Schaufel, da kommt da dann vielleicht... Oder mit dem Krückstock. Mit dem Krückstock kommt er bestimmt dran. So, du Pussy. Oh, mein Gott! Da du ja nichts hörst, hast du wahrscheinlich erst gedacht, hä, was hat sie denn jetzt für einen Anfall, bis sie dann links gesehen hat? Ach, da ist ja Leiter runtergekommen. Mensch, da ist sowohl sie Leiter runtergekommen. Ja, ja. So, dann probiere ich das hier jetzt mit der Schaufel, ne? Everybody's Schaufeling. Steht da irgendwas drauf? Oh, wie oft denn noch? Klick, 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 klick. Schade, deine Mutter wäre jetzt witzig. Ich weiß, der ist langsam echt ausgelutscht, aber ich finde ihn gut. Oh, was? Oberpussy! Ich würde aber trotzdem gerne erstmal im ersten Raum, oder? Ja, ich bin immer so. Also, ich muss erstmal eins zu Ende bringen, Schätzelein, bevor ich hier... Erstmal das Video gucken. Stimmt, das auch. Ja, ich glaube, das können wir eh nicht so schnell. Oh. Äh, ah, da. Genau. Okay. Ja, einladen. Now you have a ball. Have fun. Das war's. Wow. Kann ich hier noch einen Ball reinpacken? Da gäbe es nichts zu untersuchen. Weil Ball macht doch dann Sinn. Oder nicht? Na, vor allem die Taschenuhr, die sieht man jetzt auch nicht mehr, oder wie? Nö, die ist futsch. Mhm. Oh, nö. Äh. Nö, nö, bevor ich nichts weiß, mache ich einen Scheiß. Bling, 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 bling. Flacker, flacker, bling, bling. Gut, dann eben... Wenn die schon so höflich sind, oder wer auch immer... Uns hier da die Leiter runterzufahren, dann... Ja? Nö. Oder auf Deutsch... Nö, nö. Münze. Ja, den Raum kennen wir doch, ne? Ja. Da wurde jemand erschossen. Jemand Unsichtbares. Aber da ist jetzt auch kein Blut mehr. Ist es davor? Und da steht dann Nö, nö. Davor hat alles geschah. Nö, nö. Glaub ich nicht. Ich möchte mich da gerne hinsetzen und einen Kopfschuss kassieren. Nö, nö. Nö, nö, heute nicht, morgen wieder. Wieso lädt der? Setz dich doch mal hin. Aha. Hä? Wie jetzt? Oh, jetzt ist es wieder dunkel. Und gibt keine Pillen. Oh, wenn es aber dunkel ist, dann kommen wir nicht an den... an den... an den Dingens. Einfach, weil er da ist. Einfach, weil er da ist. Ich dachte gerade, das wäre im Spiel. Dabei war das wieder dein alter... Knatscher-Oppastuhl. Sorry. Macht doch nichts. Bei mir gibt es... Bei mir gibt es nur absolut echte Let's Plays. Bei mir wird es sicherlich verstellt. Da brauchst du ja nicht aufpassen. Also, na, doch schon aufpassen. Aber wenn mal was passiert, ist das nicht schlimm. Okay, kein Gitter. Ja, das ist wieder... Ja, weil Scariest Movie Ever, Shit Your Pants und so... Warte mal, ist da jetzt was drin? Im Dunkeln besser ist, ne? Ja, eben. Ha! Bitches! Oh, schreck mich doch nicht so. Oh, Mann. Ja, wenn hier keine Jumpscares sind, muss ich welche machen. Ganz einfach. Okay, ne, ich gebe zu, das war jetzt nicht geplant. Aber es freut mich. Because I'm... ein bisschen schadenfroh. Oh, was denn... Die Kampf hier... War hier denn überhaupt... Nö, aber man kann ja mal probieren. Ping. Ja, dachte ich mir schon, weil da war ja nix. Junge Frau, sind sie jetzt, äh... Hier, Miss Masipul... Masipilumi... Pupili. Pipilapu Papalipa. Okay. What about... Haha, das nachts im WC. Tori? Peekaboo? Äh... Nö. Na ja, what? Das heißt, jetzt träumen wir wieder, oder was? Sollen wir mal hier Hallo sagen? Sieht so aus. Weck ihn doch nicht. Ich halte das nicht aus, Mann. Ich dreh durch. Ich werde sterben. Ist da irgendwas hinter ihm rechts? Könnte sein. Ist das Nene? Er lacht mich aus. Ja, guck in den Spiegel, weißt du warum? Wer? Wer lacht dich aus? Nene. Er will, dass ich sterbe. Ja, aber Moment, warte mal. Lauf nicht weg. Ja, mei. Bla. Gleiches Gespräch. So läuft es immer. Hm. Hm. Doppel-hm. Dreifach-hm. Ja, schön. Lebt vielleicht der Nene in der 1 sonst? Ja, aber da sind wir doch hergekommen. Was, du bist da? Hm. Ja, ist immer noch zu. Ja, aber jetzt finden wir wieder keine Tür, wo wir durch können. Das ist ja wieder hervorragend. Hervorragend! Ja, mei. Die Daro blüht ja richtig auf. Was ist da los? Dann geh doch wieder in unser Zimmer. Das hat sich bestimmt wieder verändert. Ja. Im Klitzitz-Ponys. Hä? Hä? Haben wir irgendwas, was wir benutzen können? In dem Zimmer? Ball, Taschenlampe... Den können wir immer noch... Sehr gut, wir wissen nicht, ob wir es noch benutzen können, weil er hat alle Sachen behalten. Hm. Aber die... Wir haben das noch nicht, das noch nicht und... Und dem Schiff kann man auch nichts durchgeben, ne? Der ist nur das Gespräch und dann bist du raus, ne? Der hat volle Angst, weil der Nene will, dass er stirbt. Hey, Bock auf den schrecklichsten Film ever? Nee, aber man hätte ihm auch den Gehstock oder die Schoffel durchreichen können. Hm. We can try. Weil, woanders kommen wir ja nicht lang. Frage ist, ob wir eben halt helfen können oder nicht. aber wir oder nicht. Vielen Dank.